World Underground Wrestling Hey, du da! Ich hab dich sehr wohl gehört! Was ist? Du und ich! Aber nicht heute! Bei der nächsten Show! So einfach geht das nicht! Der ist einer aus dem Publikum. Der ist zwar schau nicht schmächtig aus, oder was? Nein, er soll einfach in die WSA trainieren kommen. Bis Mai aus der Zeit! Wie heißt er aus dem Trainer? Ja, hallo, ich bin der Christian. Und du wirst wirklich gegen ihn am Stand! Am 3. Mai zur Spring Break Show! Ist das... Aber, es ist die Frage, ob es du und du, ob sie ihn bis Mai hinbekommt. Schatzau! Chef bin immer noch ich. Steh da im Weg beim Fotografieren, gell! Ist schon blöd! Mit lauter Blader da im Weg sind. Aber ich wollte gleich Zeit, ich bin jetzt. Junge Mann! Du ging eh am 3. Mai hier! Hier! Oma! Er kann von mir aus mitnehmen! Oma! Seine besten Freundin! Seine beste Freundin! Seine Mama! Seine Oma! Er kann sie auch nicht in den Ring stellen! Ich mach ihn fertig! Was? Okay! Aber damit ich auch meinen Spaß dabei hab, wird es ein Handicap Match am 3. Mai. Nämlich du gegen er und einen Tag Team Partner, den ich noch bestimmen wär! Viel Spaß! Vorverkaufskarten gibt's im WSA-Center und natürlich im Weber Gnecht. Und dann geht's mit ihm an! Years am 3. Mai Lä Что. Und dann geht's mit ihm an! Töiones am 3. Mai LäCo. Dann geht's mit ihm an!